Was sind wir jetzt hier im Base? Ach ne, hier sind wir. Okay. Ah, Tacke! Söldner angreifen. Wollen wir da oben den einen Epic mal versuchen? Einmal einfach so, just for fun. Wenn wir sterben, kann man Pech ernen. Okay. Alexa steht hier wieder? Ja, Alexa steht hier dran. Fantastisch! Letztendlich erfahren wir das Elbdring-Sonne. Aha. Wir probieren es hier oben mal. Lebende Kraft. Oh, das ist ein Wissen und Legenden. Können wir mal annehmen. Das war von Golems. So. Oh nein, komm hier. Du siehst da hinten nur viel zu viel Dresche. Tja. Dass mal so funktioniert... Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich so das Gefühl... Wir kriegen hier nicht wirklich Schaden an eine Wacke geklatscht. Oh. Plus. Ich weiß gar nicht, ob mein Söldner schon den One-Kill-Dingen hat. Schlimm. Nur die Spells benutzen, die auch wirklich richtig Schaden machen. Oh. Direkt hier zerbrochen. Wir haben den Hexen. Oh. Jetzt hier ist er aber blöde. Oh, die Klappe dahinten. Oh, warum habe ich denn plötzlich wieder so viel Mana? Ist ja ganz merkwürdig. Naja, ist wohl gut, ne? Das Schöne ist, er ist da hinten geroutet und also kann er uns hier nicht mit seinen Fäusten prügeln. Aber ob es was bringt, dass wir es bis zum Schluss mit dem Mana überstehen, das ist jetzt natürlich die Frage. Ich würde es mir natürlich sehr wünschen. Den spellen und den da machen. Wieder für Mana sorgen. Ups. Er hat nur noch 29, 27 Prozent. Solltener, geh mal hin. Oh, du kriegst wieder ordentlich Dresche. Kommen wir zurück. Ja, schön nah bei mir dran. 16 Prozent, ey. Gehen wir mal wieder hin, Söldner. Oh, komm her. Ups. War jetzt natürlich nicht so gut, den Söldner so weit runterhauen zu lassen. Aber das sieht bombig aus, das sieht bombig aus. Komm Junge, komm Junge, das schaffen wir. Ich genüge Mana. Wir brauchen Mana. Hey, wake up. Ja, ich kann mich jetzt nicht melden. Teams Week 3 hat sich gerade gemeldet. Hier hin. Du kannst doch nicht einfach davor rennen. Mann. Drei Prozent nur noch. Und, und, und. Yay. Wir haben ihn. Wir haben den Epik gelegt. Ja, wir haben gerade einen Level 40er Epik mit Level 37 gelegt. Okay. Irgendjemand möchte da jetzt was von mir. Ich muss mir einmal kurz hier aufschreiben. Äh. Zeitmäßig. Das war jetzt hier eine Stunde, 16 Minuten und ungefähr 55 Sekunden. Ach, dann wird das Ding ja auch noch aufgezeichnet. Gut. Ja, das geht jetzt nicht. Tja. Tja. Tja, immerhin so geantwortet. Äh. Soll halt schreiben. So. Kann der hier nicht auf jeden jetzt immer ständig auf Rücksicht nehmen. Ups. So. Jo. Der ist, äh, tot. Müssen wir mal hier mal gucken. Äh. Mhm. Jetzt müssen wir zu minus 46,080. Was? Da waren wir noch gerade. Hä? Hey, wake up! Na? B가�aw! Räh. Da war. Da war. Ja, Katin. Und. Christ. 来. Nada. Ei. Ich bin. Wir. 워. Enf sabemos nicht! Euich. Für. spannt. Oh, ein golem Wissen und Legenden-Ding. Okay, at this point you can access the second floor from any of the towers. Okay, we have to make this quest and this quest. And then we have to make this one more. Okay. Moment, I will just read here. At this point you can access the second floor from any of the towers. Back. Proof. Connect the second floor. There are locked doors. Blocking you from leaving for the next step to unlock this door. Okay. Jetzt müssen wir... Dann habe ich doch gerade hier irgendwie... Aha, da müssen wir hin. Du, 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 du. Halt, kommen wir nicht hier unten lang. Guten Tag auch. Oh, da kommen gleich jede Menge an. Auf jeden Fall muss man diese Quests nur ein einziges Mal machen. Und zwar müssen wir jetzt in den zweiten Flur rein. Und da gibt es... Äh, die Türen kann man... ...nur öffnen... ...den... ...dem... ...dem, ähm... ... indem man zwei Quests gemacht hat. Oder man muss über den Nordturm, aber das soll nicht so gut sein. Deshalb werden wir jetzt gucken, dass wir die anderen beiden Quests gemacht haben. Dann öffnen sich auch die Türen... ...die Türen... ...Türen... 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 ...So... ...Wuh... ...Helik... ...Ah, hier gibt's Respawn... ...Hier lang... ...da lang... ...Doh... ...Tja... ...Hallo auch... ...Plimp... Ups... ...Scheiße... ...Unterbrochen... ...Ups, sagt man nicht... ...Tchuldigung... ...Das Problem ist, ich kann hier auch nicht einfach so unterbrechen... ...Ich würde ganz gerne die Zugangsquests haben, auch wenn wir mit den Erbequests erst später weitermachen. Aber die würde ich schon mal ganz gerne haben. Dann haben wir quasi ein Kapitel... ...wieder abgeschlossen. ...B??? ...D-D-D-D-D-D-D- його sch Bürger... ...Kid? ...to Kid? ...M-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D... ...M-M-M-M... ...M-M... ...Okay... ...T��... so